Die Tischlerei Schechi ist ein Betrieb, der 1955 gegründet worden ist. Wir haben uns dann weiterentwickelt, haben da in Neufelden 2009 einen neuen Standort aufgebaut, haben mittlerweile in der Tischlerei gut 170 Mitarbeiter beschäftigt. Unser Schwerpunkt ist die Gesundheitseinrichtung. Wir machen alles, was in einem Krankenhaus notwendig ist. Das ist unsere Kernkompetenz, aus dem wir gewachsen sind. Wir arbeiten im Gesundheitswesen, das ist ein 24-Stunden-Schichtbetrieb, sieben Tage und dort müssen die Produkte dementsprechend ausgestattet und gerichtet sein, dass das funktioniert. Und wenn wir dort Themen haben, dass wir dort öfter hinfahren müssen, dass es ein Problem gibt, dann haben wir ein Problem. Das Ziel war, schnellere Durchlaufzeiten, höhere Qualitäten zu erzielen und damit letztendlich eine höhere Rendite für unseren Betrieb zu erreichen und ein einfacheres Arbeiten auch für unsere Mitarbeiter sowie eine wesentlich bessere Qualität noch für unsere Kanten. Örtling wurde mit der gesamten Bestückung von den Zuschnittanlagen, von der Kantenbearbeitung mit sämtlichen Fräsern, Bohrern, die im Bereich Kantenleimmaschinen erforderlich sind und dann auch von der Korpusverbindung Fräser für die CNC-Anlagen dann auch mit allen Werkzeugen. Also es ist der gesamte Werkzeugbereich von Örtle war abzudecken und das war auch bei den Mitbewerbern ein bisschen schwierig. Da hätte man gewisse Teile bekommen, nicht alles bekommen. Mit Örtle haben wir eigentlich den gesamten neuen Maschinenpark ausstatten können. Ja, der Auslöser, dass wir uns für die Firma Örtle entschieden haben, war sicher, dass die Kompetenz einfach beim Vertriebsmann, Herrn Edelhofer natürlich so dermaßen gut war und auch natürlich das Produkt im gesamten Portfolio, auch in der Abstimmung mit der Firma HOMAG so stimmig war für uns, dass das eigentlich der Hauptauslöser war, dass wir uns dort einfach wohl gefühlt haben und das war wirklich eine Grundentscheidung, dass wir zur Firma Örtle gegangen sind. Wir durften alle neu angeschafften Maschinen mit Werkzeugen ausstatten. Das beginnt bei der Sägenwinkelanlage, geht dann über die neue Kantenleimmaschine und über die zwei neuen Bohrzentren. Die größten Herausforderungen natürlich für einen Werkzeuglieferanten ist es bei uns, dass wir so viel verschiedene Materialien haben. Wir haben nicht nur Dekosparen, wir haben S-Aufbauen, wir haben Stoffbeleimplatten, wir haben Kompaktplatten, wir haben funierte Platten und das alles unter einen Hut zu bringen, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher zu bearbeitenden Materialien gibt, die jetzt aber in dieser Losgröße 1-Verkettung mit demselben Werkzeug ohne Werkzeugwechsel und Stillstandzeiten und aufwändigen Rüstzeiten funktionieren muss. Die Kostenseite ist natürlich immer auch zu bewerten und natürlich auch immer wieder ein Punkt, auf den man schauen muss. Aber schlussendlich ist einfach wichtiger, das Gefühl zu haben, dort bin ich aufgehoben, die verstehen mich. Darum ist für uns das Werkzeug so entscheidend und so wichtig. Das ist einfach das Kern, das Herz des Maschinenteils, die ganze Maschine kann ohne Werkzeug gar nichts. Und wir sehen sie jetzt auch schon im Betrieb, die Produkte passen, sie entsprechen, sie halten so lange, wie es auch versprochen worden ist und letztendlich ist das das Entscheidende, dass wir keine Stillstände in unserer Produktion haben, dass wir kurze Rüstzeiten haben, nicht so lange, das dauert das auszuwechseln und letztendlich dann, wenn ein Werkzeug zum Schärfen ist, zum Servicieren ist, dass das rasch und effizient passiert und damit auch wieder im richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Das war die Entscheidung, dass wir uns für örtlich entschieden haben. Ein fortgeist eines Er wants mal zu vergessen. Das war die Entscheidung, dass wir uns für ein gutes G hier im photographers haben. bog工 Lebens